Das Wetter in der Woche und diesmal ein ganz, 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 ganz heikles Thema Milchsemitismus und Antisemitismus. Wissen Sie jetzt, bei den jetzigen Kundgebungen, Friedenskundgebungen, Patsche darf man ja nicht mal mehr sagen, denn die Leute sagen, für wen Patsche? Doch nicht etwa für die Palästinenser, nein, sagt man, für die Israelis, doch nicht nur für die Israelis, nein, für alle, sagt man, Patsche, für alle, also Frieden für alle. Das geht auf gar keinen Fall. Neulich kam einer mit einem Hitler-ähnlichen Plakat, das hat gut in die NSDAP gepasst, zu einer Palästinenser-Kundgebung. Und die Palästinenser haben sich das verboten, weil sie gesagt haben, das geht nicht, wir sind nicht antisemitisch, wir sind nur gegen Israel. Und sie haben die Polizei gerufen, aber die Polizei hat gesagt, nö, nö, das ist nicht antisemitisch, der darf does.